das ist schon wieder sehr laut hallo youtube willkommen zu project 13 ich habe nur den namen gelesen beim privat durchstöbern von youtube und hab das video okay dann direkt wieder ausgemacht und habe was geschaut und ja es ist wohl also vermute ich jetzt mal wie wie viele fallen denn da bitte wie wie heißt das spiel exit aid dass man es ein walking simulator dass man nach anomalien suchen muss und halt nur weiterkommt wenn man wenn man alles erkennt das ist alles ein bisschen okay was ist was ist hier was bedeutet ändert sich da was ich ja okay ich lass das einfach mal so und ja ich versuche jetzt einfach mein glück walk attempt ach so ich muss jetzt ist die maus auch da ja wie immer bei uhr option muss ich das irgendwo schädigen okay ich habe sofort ein kleines bisschen was steht eigentlich da unten wo ich drüber bin dry bread okay ja so bleibt das jetzt okay mein 0 versuch das heißt hier müsste ja noch alles in ordnung sein anleitung please dann müssen wir bitte verpasse keine anomalie wenn da ein ist port the anomaly when you leave your world also melde die anomalie wenn du deinen spaziergang beendet hast keine anomalies gefunden dann reporte nichts nach 13 gängen bist du frei ob dem so wirklich ist okay also das fängt ja bestimmt hier schon an was haben wir denn da ein blauer mülleimer eine bank ein blumenkasten das sieht aber auch ich kann sogar zoomen und da ist richtig erde drin wo ist denn der mensch in der fern gelatscht ist ach du heiliger ich weiß ja nicht ob das und wie lang und ein feuer alarm ein feuerlöscher ein bild ist vorhin irgendwer gelatscht drei stühle drei lockhart ein starkes immunsystem mit meda laut gibt der cold no chance na ist das pupsi das sieht aus wie pupsi auch wieder blümchen eine tür hallo guten tag also ist der schon eine anomalie der sieht nämlich nicht so gut aus wenn es ihm nicht gut gehen würde noch einen mülleimer blumenkasten oh gott als ob ich mir das alles merken kann hallo halb nackter man mit mit hand in der hose also okay dass der pfleger der rumläuft station 18 dachte wir heißen 13 und da herzeln mit ein piep piep okay oh gott so viele blümchen bilder 13 mal soll ich diesen gang entlang gehen ja okay das sieht sehr gesund aus nicht nachmachen auch wenn es viele kalorien verbrennen soll entschuldigung was bist du für ein bisschen pfleger da drei stühle achtung nasser flur hier sind nur soda cola dinger drin thank you please collect your change and yourлек of Gaan hat für Nacht finde ich da gerade die über drei sitze okay nichts Ich meine, da stand ja nicht Station 13, ne? Ich reporte das einfach mal. Oh, das war richtig. Das war richtig. Okay. Ah, gut. Gut. Blümchen. Rosa Blümchen. Wir sind für dich da. Drei. Drei. Das habe ich mir für nicht richtig angeguckt, glaube ich, oder? Das war bestimmt da. Drei. Blümchen. Die Pflege. Was hat das vorhin schon da? Ah. Hallo, sehen Sie immer noch gleich gruselig aus? Ja. Blümchen. Der hat immer noch die Hand in der Hose. Okay, wir sind Projekt 13, nicht Station 13. Was habe ich denn dann vorhin gemeldet? Hallo. Oh, guck mal. Und da hat er so mit drei. Piep, piep. War der vorhin auch schon rot? Gott. Das war doch vorhin noch nicht so durchsichtig, oder? Das war doch vorhin noch nicht so durchsichtig, oder? Besser? Okay. Achtung, Rutschika. Früher. Zoda. Dein Wechselgeld. War der Zettel vorhin auch schon? Oh Gott. Ich, ich bin jetzt paranoid. Ich. Der war da. Nee, sag, jetzt ist alles gut. Es war alles gut. Ah, es war alles gut. Okay. Liebe, Gesundheit. Das Bild ist da. Drei Stühle. Pupsi ist da. Blümchen. Ist ein bisschen dunkler hier, ne? Hat der. Der Boden hat doch vorhin nicht geglänzt, oder? Geht's ihm immer noch scheiße? Ja, Gott. Er hat immer noch die Hand in der Hose. Aber der Boden. Der Boden hat doch nicht geglänzt. Geht's ihm immer noch nicht geglänzt. Oh Gott. Oh, nein. Nein. Der Vogel ist tot. Sind ja nur noch zehn. So, ich trinke mal ganz kurz einen Schluck Kaffee. Dame, Vogel. Also, ne? Da. Böhmchen. Drei. Bild. Böhmchen. Böhmchen. Pupsi. Tür. Mal einmal. Komischer Pfleger. Mann mit Hand in der Hose. Irgendwann. Irgendwann ist mit dem mal was. Station 18 Piepsi ist wieder da, hallo nicht, oh 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 GPU crashed or D3D Device, was Portal Error So dann auf ein neues Ich finde das echt doof dass es abgestürzt ist probieren das jetzt einfach noch mal Gut Ich habe irgendwas im Sichtfeld, ich habe jetzt nichts an den Einstellungen geändert Hi, Performance Machen wir jetzt mal auf das auf das war das Deutsch Darauf Was ist denn hier Was sind denn das für Einstellungen Meld dir gerne Hi Wir machen mal Qualität So Hatte ich vorhin auch schon solche komischen Grissel im Sichtfeld Okay Da Wo sie ist da Der Fußboot glitzert Was höre ich da Was ist das für ein Geräusch Das war doch vorhin echt Was ist hier Ein Bett und ein Sessel Wer freut sich Okay 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 Du warst gar nicht so richtig hier Ne Irgendwie Irgendwas kommt mir komisch vor Dieser glitzernde Boden Bist du sonst auch bis hierhin gelatscht Okay Ne Irgendwas kommt mir komisch vor Okay Der Boden glitzert Die Geräusche sind normal Gut Also Ja Der Boden glitzert Upsi Das Headwobbel Ne Ja Hat Spaß Station 18 Vogel Komischer Mann Stuhl und Bett Aber ich hab die Bilder gar nicht richtig geguckt Ne Sechs Drei Dinger Wer grinst Das bin ich Okay Ich glaub Hier stimmt was nicht So leise Ahnung Ich war aber eigentlich hier drauf Ja ich hab gern was zu trinken Oh gottes Will Ja ich Ich glaub da stimmt was nicht Sehr schön So Drei Sätze Drei Sätze Upsi Ist da Steht da drüber Gibt The Cold No Chance Doch das Stand davor Auch Gebräuchte Tür Blumenkasten Mann Mit Hand Hat er Vor schon Schuhe angehabt Ah Fängt das schon wieder an 1918 Da hustet einer Das wär mir doch aufgefallen oder Da hätte ich doch bestimmt irgendwas komisches zu gesagt Ich glaube das war nicht da Okay hier ist ein Plakat Defresh Aber das Bild Ich trau dem Bild nicht Wir sind ja noch am Anfang Ah Okay Das Bild war wohl okay Ja Räusch Er hat Turnschuhe an 18 Mental Health Unit Drei Sätze Drei Sätze Vögelchen Das ist sie Nicht der Vogel Oh ich hatte auch mal so einen Wenn sie dich macht nicht solche Geräusche Was ist Ist das jetzt Ist das ein Bug Oder Ist das eine Anomalie Mhm Guten Tag Wir nehmen sie ja Wechselgeld Inge nicht Noch ein Plakat Okay Wir probieren mal Ob das Flackern Eine Anomalie war Es war keine Anomalie So ein Scheißdreck Wir sind für dich Da Ja Der Boden glitzert Da ist ein Pupsi Hund Ja Turnschuhe Und die Hand Was macht der denn da Der hat doch wirklich die Hand da drin 18 Mental Health Care Unit 2 Hier sieht es immer noch gruselig aus Hier geht das Licht aus Gummisches Bild Oh Jetzt warten wir mal bitte Ich hab doch jetzt nicht Okay das ist Gut Das habe ich jetzt verstanden Aber sie wäre mir doch aufgefallen Will I care for the best years of your loved ones That Nee Ich glaub das nicht Plakat Und hier ist kein Plakat Ich sag die Die Oma Ist ne Anomalie Die Oma ist kein Anomalie Aha Okay Okay Ich hab sie wohl übersehen 5000 Mal Bestimmt ist jetzt ja Ziemlich ja alles supi Und dann ist doch irgendwas Okay Ja Ja Ich will auch wieder ein Gut Sessen im Bett Okay Okay Ich muss aufmerksamer werden Er freut sich Be fresh Nehmen sie ihr Wechselgeld Ich hoffe ich muss mir diese Nummern da nicht merken Das ist Teddy Okay Ich sage Es ist alles in Ordnung Okay Okay Aufmerksamer werden Bild Upsi Hier hab ich mal nicht reingeguckt Ne Tür Vielleicht ist er auch anders gelaufen Es sieht aus wie Nach Drei Schichten Folge 18 Komisches Bild Wie Da ändert sich irgendein Kleinkram 18 18 Mental health Tunit Tunit Alarm So Okay Jetzt aber Mh Sitze Bild von Bergen Upsi Tür Glitzernder Boden Tür Ich Also Was lernen wir daraus Zu viel Die Hand in der Hose Ist ungesund Da ist Ist was Ist ein Problem Gut Bald sind wir wieder da Wo es vorhin Abgestürzt ist Wie es stürzt wieder So Da ist Pupsi Da sind die Berge Ich merke mir nicht Wie viele Fenster hier sind Hier Und da 3 4 Tür Da ist er wieder Mental health Unit Da ist er Ja Würfelchen Was ist mit Tornad Ist das Geräusch Normal Please collect your change Ich Also War die Oma Da Ja Wie Wie eklig Er so nach oben Guckt Vorsicht Nasser Flur Ich sag Es ist alles Roger Kampoja Ja Ja Es sieht irgendwie Komisch aus Okay Berge Upsi Ihr Fenster Jetzt kommt er da hinten Auch Tür Hand in der Hose Komisches Bild Komisch haben Mitarbeiter Krüppelhändchen Krüppelhändchen Bett und Sessel Räumchen Was Ist das Ich glaub Dann bekommen wir kein Feuer Löschen 3 Okay Also Gut Das sollte Erte mir klar sein Machen Feuerlöscher Gucken Hier War doch vorhin schon Müll Einmal Blümchen Berge Drei Stühle Upsi Feuer Fenzener Flur Hand in der Hose So Station 18 Komisches Bild Blümchen Nicht zu flackern Ist ja wohl normal Omi ist da Hätte ich die Umi nicht entdeckt Hätte ich vorhin den Fußsaal Oder was immer Das war Nicht gesehen Grinsender Kerl Vorsicht Das war Nur Be fresh Dein Wechselgeld Wäre da Irgendwie Eine Dose ist anders Oder so Bärchen Ich denke Es ist alles In Ordnung Ist das normal Dass die Linie Nicht bis hier hinten Geht Oder ist hier Alles in Ordnung Ich hab mir die Decken Ich hab mir die Decken Nicht gemerkt Immer zwei Lampen Und ab und zu kommt so ein Dings Der hier ist Der hier ist nicht symmetrisch Der ist einfach hier so mittendrin Ich riskiere es jetzt mal Geh weg Und sage einfach mal Es ist alles gut hier Und wenn dem so ist Dann Sehr schön So Ja Ja Zwei Lampen Oh Gott Ich unmerken Hier Fenster Ich bin da schon mal Entschuldigung Zweit Café Aber Da ist Hubschieb Da ist eine Tür Da ist auch eine Tür Da ist mittendrin So ein Ding Ansonsten Ist das glaube ich Symmetrisch Aber nicht zu sehr Auf die Sachen gucken Weil sonst Da passe ich wahrscheinlich Irgendwas anderes Station 18 Und er hat die mit Ja Ich dachte ja erst Sie würde mir Den Stinkefinger zeigen Tut's hier aber nicht Bäume Oh mir Er wieder Him geht's gut Du bist immer noch nass Ja Okay Entschuldigung Okay So ist gut So erkenne ich das So erkenne sogar Ich das Berge Berge Ist da Symmetrisch Nichts Also was heißt Symmetrisch Er pappt direkt Da dran Pupsi Tür Glänzender Boden Tür Ist er langsamer Als vorhin Weiß es nicht Das habe ich auch Vorhin noch nicht Richtig geguckt gehabt Station 18 Bett und Sessel Bäume Rumi Geht sie gut Vorsicht nasser Flur Hier ist ne Doch dieser Pfeil war Davor auch schon Ja Hier ist wieder alles Supi Ich Ich glaube es ist alles Okay Ich hab's lieber wenn ich Irgendwo eindeutig Was sehen kann Da ist wieder Warte mal Der ist Nicht direkt da dran Ich Ich erschrecke mich von meinem eigenen Atmen Ich Behaupte jetzt Es ist alles Okay Das endet hier Beim vorletzten Fenster Für Hallo Im Gottes Willen Vielleicht muss ich mir gar nicht Die Dicken Kacheln Da angucken Und das da Die Tür ist da Es sind vier Fenster Hier ist eine Tür Wo kommt er Er macht Was ist das für Licht Er macht immer noch Dinge Bild Station 18 Sie zeigt mir mal noch den Finger Sessel und Bett Oma ist da Oma ist da Ihm geht's auch gut Ja Ja Hier geht's gut Wasserflur Ich hab nicht geguckt was da drauf ist Refresh Wo kommt der mal her Geschlichen Beim vorletzten Fenster Ich würde behaupten Alles ist okay Der Boden glänzt Ich sag es ist alles okay Nein Okay Ein Versuch starte ich noch Vielleicht Vielleicht Ich hab mir überlegt Dass ich Mal wieder Und überhaupt Und mehr Streamen sollte Vielleicht Spielen wir das Einfach mal im Stream Dann kann man mir auch direkt sagen Wo ich zu doof bin Habe ich hier vorhin reingeguckt Ich gucke ich gar nicht mehr so richtig an hier Was hab ich denn vorhin übersehen Okay Oh Ähm Ja Okay Das war Geschenkt Ist er Ist er Langsamer Oh Ich Hab jetzt Angst vor elektrischen Betten Glaube ich Das bin ich bloß durch Okay Ja 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 Ich gucke mir die Dicken Dinger nicht an Ich hab einfach irgendwie das Gefühl Die sind nicht so Trabatisch Geht's wieder gut Station 18 Feuerlöscher War ich da vorne Gucken Feuerlöscher Ihm geht's auch schon Lag viel zu lange gut Refresh Refresh Ja Ist alles super Ja Ja Tür Hier geht's gut 18 Bild Komisch lachender Pinguin sagen Wellensittich Die geht's doch auch gut Ist nix Hier ist doch alles gut Ich find das doof Dass man hinter Nicht weiß Was es war Ich finde man sollte es gesagt Kriegen Gut Ein Schluck Kaffee So Jetzt wieder aufmerksam Fängt das eigentlich 9 von 35 Habe ich schon gefunden Ja Fängt Es fängt doch Fängt doch erst Hier hinter Berge Berge Schamann Überarbeiteter Flieger Man mit Hand in der Hose Feuerlöscher Komisches Bild Station 18 Lachen der Wellensittich Ich träume mich da nicht Von diesen komischen Begriffen Da sind Bäume Hier geht's gut Okay Be fresh Also Ich würde sagen Es ist alles gut Ja Berge Und Grenzen nach Boden Tür Ich weiß halt nicht Ob Geräusche auch Dazu gehören Station Station 18 Achso Achso Komisch Weggeguckt Überhang Komisches Bild No Ja bäume fröhlicher mann der gruselig hin oder gut du nimmst bestimmt lustige tabletten nasser flug mein mikrofon wandert schon wieder ein stückchen zu mir runter so vielleicht kann ich die schrauben festziehen oder so was hier ist alles in ordnung irgendwas kommt mir komisch war was aber nicht was waren hier so viele blümchen blümchen bank blümchen bank alter weiter nie mein freund der ja war richtig gruselig hat nichts gemacht aber ja jetzt ich wusste irgendwas ist komisch mann 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 ich blümchen gezählt hätte ich die nicht gesehen das ist doch doch asozial da muss wir noch mal zurück gehen so konzentration und berge feuerlöscher das ist das zog mir durch und durch ich bin jetzt gut station 18 hat er gerade eine melodie alter ich sage sonst eigentlich nur wenn ich mich aufrege oder wenn ich mich erschrecke lacht der schneller lacht doch schneller ob das ist dass der vogel schneller lacht also räume oma geh weg Ich nehme jetzt gut. Blümchen, Bank. Blümchen, Bank, Blümchen. Es kommt mir immer noch irgendwas komisch vor. Blümchen, Bank. Dieser Vogel, ne? Ich kann mich bücken. Bist du normal? Ja? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt verkacke, dann höre ich auf. Geh weg. Hümmchen. Okay, es ist alles gut. Nein! Okay. Ja. Gut. Ah, vielleicht probiere ich es noch ein anderes Mal. Aber das war es fürs Erste. Und wie gesagt, vielleicht mal im Stream, wenn ihr möchtet. Und auch, wenn ihr möchtet, dass ich überhaupt mal so streame. Und ja. Dann danke fürs Zuschauen. Es tut mir leid, ich habe es nicht geschafft. Aber vielleicht ein andermal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018